So ihr Tabletten schlucker und willkommen zurück zu far cry und 3 Es sind immer noch feinde Wie viele hier von denen rumfahren? Unglaublich Was ist denn das hier für ein Wald? Mangroven? Das ist so ein richtiger Sumpf Mangrovenwald Woa Höhöhöh Mest wie? Mest wie? Mest wie? Dreckiges Gesindel Aaaaaah Huch Der ist die Sport Desperrend Wir sollen ja keine Aufmerksamkeit erregen Ich weiß nicht ob wir jetzt das Außenposten einnehmen können Aber müssen wir irgendwie Weil wir an Munition kommen müssen Ich weiß nicht Scheiß Tiger Ne Leopard war das gell? Ne Tiger? Leopard? Keine Ahnung einer von den beiden egal beide sind schlecht So der Mond geht langsam unter Irgendwo Hm Das hier erinnert mich irgendwie an Irland Hallo Spastis Ich werde euch töten Irgendwann Morgen 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 Übermorgen Weiß ich noch nicht Ein reißender Sturzbass Spitzerin Ach wir haben ja noch einen Fähigkeitspunkt Ne 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 Ach come on So Da Da Tierflüsterer Du hättest doppelt so viel Beute beim Häuten von Tieren Dschungelläufer Bewege dich in der Hocke schneller Kampffrugenschütze Du kannst 50 Falle schneller ziehen und verschießen Flingen Du kannst das und das und das mehr schneller nachladen Das nehm ich doch gern Noch 2000 und dann haben wir schon wieder einen Fähigkeitspunkt Mann das Uh Kann ich da springen? Soll ich's wagen? Oh fuck Das wird bestimmt ein Fail Woah Woah Hahaha Geil So Zack Hier hoch Jetzt komm ich hier nicht mehr raus Scheiße Ah Noch 1400 Meter und wir laufen Hoffentlich können wir auch irgendwann mal hier Heli fliegen Das wär so pedo Ah Sonne geht auf So So Da hoch Woii Das ist ein Das ist ein Das ist ein Denkmal. Habe ich gerade gesehen. Da. Sieht aus wie so eine chinesische Kampfwaffe. Gehe zum alten Tempel. Der kann es ja nicht sein da oben. Aber es sieht auch nice aus da oben auf dem Vorsprung. Ah, die Sonne wieder. Sonneneffekte. Ich liebe Sonneneffekte, habe ich euch das schon gesagt. Verdammt. Geht nichts über Sonneneffekte. Also wenn ich in Rio auch so rennen könnte wie unser Jason hier, dann boah. Der sprintet ja schon seit drei Kilometern. Wie läuft es denn? Oh, ich kann einen Takedown jetzt machen. Aber das lasse ich. Hä? Vorsicht. Nicht auffallen. Das wäre sowieso... Ach man, wie blöd sind die denn bitte? Hier haben sie drei Leute, ja? Und die haben da vorne... Oh. Oder russer voralldrücke, um einen größeren herzustellen. Hä? Wie denn? Hä? Wie soll ich denn einen größeren herstellen? Ich habe doch nichts dafür. Den kann ich doch gar nicht. Dingofill brauche ich dafür. Vier mal. Ich müsste mal eher verkaufen langsam. Das einzige, was ich noch aufnehmen kann, ist Geld. Oh, geil, geil. Ah, ein Gleiter. 700 Meter. Ach, ich komme. Wir fahren mit dem Gleiter hin. Und... Hui. Links. Und fliegen. Hallo. Hallo. Oh, Schlafschütze. Ich würde sagen, dass wir uns das erste hier äh, blind ver... ver... äh... Weißt schon. Dass wir uns hier verlaufen, blind. Und dass wir uns dann gezielt verlaufen. Was? Was ist denn dieser scheiß Tempel? Da unten. Ist das auffällig, mit dem Ding hier zu fliegen? Ja. Sollen wir auffallen? Nein. Wie soll ich... Töte heimlich und unbemerkt. Wie jetzt soll ich sogar noch töten? Heimlich und unbemerkt. Ey, da fliegt jemand. Ach, egal. So, ja. Dann würde ich mal da landen. Moment.